Hilfe! Nein, nicht noch! Hallo, was wollen Sie? Ich will dich zum besten Taschendeam von Bogota ausbilden. Interesse? Vergesst Reime, ihr arbeitet für mich, und zwar nach meinen Regeln. Wenn ihr ein Portemonnaie stehlen wollt, benutzt dafür immer diese beiden Finger, wie eine Zange. Menschenmengen sind der natürliche Lebensraum der Taschendiebe. Arbeitet immer zu dritt. Einer lenkt ab, der zweite stiehlt und der dritte bringt die Beute weg. Und sucht euch einen dritten, ich stehe nicht zur Verfügung. Ihr Geschenk, mein Freund! Guten Tag. Du überwachst die ganze Stadt, aber ich überwache dich. Schnauze, los! Los! Stopp! Ganz ruhig, ganz ruhig. Was soll die Knarre, Doggy? Umso mehr Geld wir machen, umso gefährlicher wird es für uns. Willst du mir in die Fresse hauen? Na los! Das will ich sehen! Ich weiß, dass du eine Armee von Kindern hast, die für dich arbeiten. Gut, dann regeln wir die Sache ganz vernünftig und gerecht. Du arbeitest für mich. Also gib sie mir. Überlass sie mir. Ich geb dir den Anführer. Was hast du mit ihm vor? Stopp! Was war das gestern? Die kolumbianische Hauptstadt Bogotá ist eine Stadt, in der die Kriminalität nur so blüht. Also der perfekte Ort, um sich zum professionellen Taschendieb ausbilden zu lassen. Und eine Gruppe junger Nachwuchsgauner beschließt genau das zu tun. Ihr Lehrer ist dabei ein wahrer Meisterdieb, der den lernwilligen Jugendlichen allerdings nicht ganz selbstlos unter die Arme greift, sondern von ihnen mehr profitiert, als ihnen lieb sein dürfte. Während sie nämlich nicht zuletzt auch für ihn die Drecksarbeit auf den Straßen der Stadt erledigen, überwacht ihr Lehrmeister das ganze Treiben entspannt aus der Vogelperspektive. Er arbeitet passenderweise nämlich für eine örtliche Sicherheitsfirma und hat daher Zugriff auf ein ganzes Netz von Überwachungskameras. Was uns hier an dieser Stelle tatsächlich so ein klein wenig an die Netflix-Hitze Ja-Haus des Geldes erinnert, bei der ja bekanntermaßen der sogenannte Professor einen Bankraub aus der Ferne koordiniert. Allerdings bleibt das für beide Seiten lukrative Treiben nicht lange unbemerkt und so will sich plötzlich auch noch ein gefährlicher Gangster-Boss das größte Stück vom Kuchen einverleiben. Wie das alles ausgeht, das erfahren wir dann bereits am 12. April in der ersten Staffel von Kataristas Taschendiebe. Da in der letzten Zeit vermehrte Netflix-Produktionen aus Südamerika, wie beispielsweise 3% oder der Mechanismus, nur im Originalton erschienen sind, freut es uns an dieser Stelle natürlich ganz besonders, dass Kataristas auch in deutscher Synchronfassung veröffentlicht wird. Neben den noch gänzlich unbekannten Jungschauspielern tummelt sich in dieser rasanten Mischung aus Action, Thriller und Coming-of-Age-Drama aber auch ein alter Hollywood-Hase. Die Rede ist von Carlos Badem, dem Bruder von Oscar-Preistiger Javier Badem. Dem mittlerweile 55-jährigen Spanier sah man zuletzt ja unter anderem in den Kinofilmen Americano und Assassin's Creed. Wir freuen uns auf jeden Fall bereits sehr auf diese erfrischend wirkende neue Diebesserie aus Kolumbien und sind gespannt, ob sie die Erwartung, die der Trailer bei uns geweckt hat, erfüllen wird. Die Thematik rund um Taschendiebe und ihre gewieften Tricks ist ja in der heutigen Zeit auch vielmehr ein globales, als nur regional begrenztes Phänomen, hinter dessen Kulisse ja sicherlich viele von euch schon einmal einen Blick werfen wollten. Wir hoffen, dass wir euch hier ein wenig für diese neue Serie begeistern konnten und sind gespannt, was ihr nun über die Taschendiebe aus Bogota denkt. Wir wünschen euch einen nicht allzu stressigen Wochenendspurt und möge der Stream mit euch sein. Bis bald!